So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, bzw. wir haben wieder eine kleine Infofolge für euch vorbereitet. Eigentlich hieß es gerade, ich soll ins Bett gehen, weil ich ziemlich müde bin, aber eigentlich muss ich noch meinen Spaziergang machen und überhaupt. Und es gab jetzt neue Infos, neue News, die hätte ich eigentlich morgen rausbringen wollen, tagsüber. Ich mache es jetzt mitten in der Nacht, denn ein neues Event, was am Mittwoch beginnt, jetzt müsste theoretisch Dienstag sein, wenn ihr das seht. Am Mittwoch beginnt ein neues Event und es gibt ein neues Pokémon, es gibt Frustration zu verlernen, im zweiten Teil, da müsst ihr wieder aufpassen, nach dem Datum und so weiter. Es gibt richtig coole, wilde Pokémon, aber das wollen wir uns jetzt mal kurz anschauen. Was ist das? Kraftwerk-Event, Eguanas elektrisierender erster Auftritt und Entriegelung der Tür. Jetzt muss ich gleich sagen, ich habe diese ganze Story überhaupt gar nicht verfolgt in Entriegelung der Tür. Tür hier, Tür da, bla bla bla. Habt ihr das verfolgt, wisst ihr, um was es da geht? Was für eine Tür steht ja überall hier dabei? Da, die Spezialforschung zur Jahreszeit der Herkunft geht weiter. Ja, also das, da könnt ihr die ganze, hier den ganzen Verlauf auf der Website der Jahreszeit der Herkunft nachlesen. Das muss ja eigentlich die Herkunft, die Herkunft, muss das jetzt doch was mit Archeos zu tun haben oder wie? Was dann Ende Januar ja kommt als Spiel? Vielleicht gibt es doch irgendwas, vielleicht eine Spezialforschung, wo ihr einen Archeos bekommt. Und das wäre auf jeden Fall sehr interessant und würde dazu passen, denn ansonsten ist komisch, dass nichts mit Archeos da ist, jetzt die ganzen Events über, wo doch ein Archeos-Spiel released wird. Auf jeden Fall gibt es andere Sachen. Kraftwerk-Event, jetzt geht genau mal auf das Datum. Ihr seht hier schon mal zwei unerteilt, Kraftwerk-Event und eine böse Vorahnung, wo es dann wieder um Team Go Rocket geht. Aber erstmal generell vom Mittwoch, der 19. Januar, 10 Uhr, bis Dienstag, den 1. Februar, 10 Uhr, läuft dieses komplette Event. Am Ende kommt der Rocket-Teil noch hinzu, aber erstmal ist das generell der Ablauf 19. Januar bis 1. Februar. Pokémon-Debüt, Iguana und Elezart geben ihr Debüt in Pokémon Go. Mit 50 Iguana-Bomb-Boms und einem Sonnenstein könnt ihr Iguana zu Elezart entwickeln. Ob das gut ist, weiß ich nicht, aber es ist neu. Das heißt, ich brauche natürlich wieder männlich, weiblich und ein Lucky, damit ich dann alles im Pokédex ausgefüllt habe. Finde ich immer sehr cool. Wilde Pokémon, da ist das auch dabei. Wilde Pokémon sehen für mich sehr genial aus, wenn ich das sehe. Magnetilo ist hier dabei als wildes Pokémon. Super genialer Angreifer, Elektro-Angreifer auch. Magnetzone, wenn ihr das entwickelt, mal eins auf Level 50 ziehen. Richtig fette Sache. Slimer ist dabei, Voldo-Ball ist dabei. Porygon ist dabei. Elektek, jetzt habe ich das kurz ausgelassen, aber ich sage es doch in der Reihenfolge. Elektek ist dabei. Super starkes Pokémon, Ele-Voltek als Elektro-Angreifer. Richtig fettes Biest. Da XL-Bomb-Boms sammeln, da eins auf 50 ziehen oder gleich mehrere fette Sache. Für mich also schon mal zwei Ziele. Magnetilo, XL sammeln. Elektek, XL sammeln. Iguana, Hunderter. Gönnung, männlich, shiny, weiblich. Nee, shiny nicht. Männlich, weiblich und eben Lucky gönnen. Mit etwas Glück begegnet ihr auch folgenden Pokémon. Blitzer, Elektro-Ball. Ja. Elektro-Ball kann jetzt wieder nicht shiny sein, während Voldo-Ball schon shiny sein kann. Und irgendwie habe ich gerade Unratütox, also die Mülltüte ausgelassen. Iguana, also nicht aus Raids oder Eiern. Ihr könnt das auch wild fangen, was natürlich sehr gut ist. Sonst hätten sich die meisten jetzt wieder beschwert. Wie findet ihr die wilden Pokémon? Was ist euer Favorit? Wo fehlt euch noch das shiny? Braucht ihr vielleicht sogar noch ein... Porygon. Obwohl das eigentlich ein Seeday hatte. Raid-Kämpfe steht auch hier dabei. Das ist jetzt ein bisschen komisch aufgeteilt wieder. Hä? Samstag, der 15. Januar? Hä? Ist das rückwürgend, ja? Sagen sie uns jetzt, was schon längst in den Raids ist oder was? Egal. Auf jeden Fall. Die ganze Zeit... Ja gut, als Genesekt reinkam. Ja, das ist jetzt ein Stück rückwürgend. Die ganze Zeit, also Raid-Kämpfe der Stufe 1 steht hier dabei. Pikachu, Tarnel, Shynux, Elyceva, Click. Click für die shiny Jäger. Shynux, seit dem Seeday wohl nicht mehr so interessant. Tarnel für viele noch interessant. Cooles Pokémon, XL und sonst was. Aber einer Raids würde ich jetzt alle nicht so extrem ansehen. Ihr habt in den 3er Raids vom 15. Januar bis 24. Januar Sichlor, Tornupto, Flunkhiefer, Shadrago. Also das ist das, was jetzt gerade alles schon drin ist. Sichlor erhöhte Shiny-Rate, Tornupto gar nicht. Shiny Flunkhiefer kommt der Mega-Rate irgendwann, wenn man da das Shiny noch braucht oder so. Shadrago, denke ich mal, ist für viele noch mit am interessantesten jetzt, wer da noch keinen Shiny hat. Und dann ab 24. wechselt das nochmal. Vom 24. bis zum 1. Februar. Yugong, Kaifel, Pampiro, alle nicht als Shiny. Würde ich eigentlich auch alle weglassen. Und Shadrago weiterhin. Man kann also jetzt Shadrago raiden bis zum Ende des Events, bis zum 1. Februar. Würde ich euch auch empfehlen. Ist ein cooles Pokémon, sieht genial aus. Auch das Shiny sieht richtig genial aus. Also bei uns Raids für Zuschauer. Wenn wir da mal was nicht Megamäßiges machen, werden wir wohl Shadrago Raids anbieten. Ansonsten habt ihr hier Genesect weiterhin noch dabei. Vom 15. bis zum 24. Januar auch. Dann wechselt das. Am Montag, dem 24. Januar, wechselt das. Das ist aber... Ja, da kommt da nämlich Regi-Eis rein. Da bin ich aber in München. Das heißt, wir werden da natürlich auch ein Regi-Eis-Community-Raid machen. So. Pokémon bei Feldforschungen stehen auch hier dabei. Sind eigentlich fast dieselben wie oben. Hier ist Fritzlblitz noch dabei. Wasapf noch dabei. Alola-Slimer, Emolga. Emolga eigentlich auch eher selten, könnte man sagen. Könnt ihr euch auch noch gönnen. Und dann sind wir eigentlich schon wieder fast hier bei eine böse Vorahnung, wo einfach da steht. Am Montag, dem 24. Januar. Also da, wo dann auch der Raid-Boss-Wechsel sozusagen fast stattfindet. Obwohl, das geht hier ab 0 Uhr Ortszeit los. Der Raid-Boss-Wechsel ist ja erst ab 10 Uhr dann. Erscheinen wieder mal mehr Team-Go-Rocket-Rüpel an Pokestops in Ballons. Man kann mit einer Lade-TM wieder Frustration verlernen. Und es kommt noch härter. Da ist immer noch nicht alles bekannt. Das ist noch ein bisschen Zeit. Aber wichtig jetzt erst mal, ab Mittwoch startet das Kraftwerk-Event. Und am Montag wechseln nochmal die 3er-Raid-Bosse. Und der 5er-Raid-Boss wechselt von Genesect auf Regie-Eis. Und am Montag kommt auch die Rocket. Eine Rocket-Invasion, könnte man ja eigentlich schon sagen. Es ist eine Rocket-Invasion. Also nochmal ganz zusammengefasst, ein neues Pokémon. Eguana, Elezard. Gönnt euch Bon-Boms, entwickelt das. Macht den Decks voll männlich-weiblich. Und natürlich vielleicht auch das Lucky. Vielleicht sammelt ja wieder jemand für mich. Vielleicht der Hannes. Vielleicht kann ich das schön mit Hannes in München und mit Iswoda. Dass wir da immer so ein bisschen tauschen nebenbei. Wilde Pokémon habe ich gesagt. Magnetilo-Electek fände ich am interessantesten. Weil die die stärksten Entwicklungen mit haben, die am nützlichsten sind. Und ansonsten gibt es kein neues Shiny. Aber man kann sich auf die konzentrieren, die es schon als Shiny gibt. Wenn einem da noch was fehlt. Einer Raids, schreibt mal rein, ob da was für euch interessant ist. Ansonsten denke ich, Shadrago trotzdem weiterhin sehr beliebt. Ist eigentlich ganz übersichtlich. So viel Neues ist es nicht. Aber ich bin natürlich gespannt, was es jetzt hier mit dieser ganzen Spezialforschung auf sich hat. Also mit dieser Geschichte, die erzählt wird. Was am Ende uns dann erwartet, wenn die Tür auf ist. Was ist denn hinter dieser Tür? Ich weiß es nicht. Das war es jetzt eigentlich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.